Hallo und herzlich willkommen meine Lieben. Ja, dieses Video kann man eigentlich unter den Titel stellen, Gesundheit verboten. Ich verlinke euch ein paar Sachen hier drunter. Einmal ein Video von Rohvegan am Limit. Dann verlinke ich euch eine Seite der Verbraucherzentrale. Ein PDF werde ich euch verlinken. In dem PDF, bitte gucken, da sind weitergehende Links zum Thema Vitamin D. Und wenn man in dem PDF ein bisschen runterscrollt, kommt man darauf, dass gemäß dieser Verordnung Lebensmitteln 20 Mikrogramm zugewiesen werden dürfen. Ein Mikrogramm entspricht 40 internationalen Einheiten Vitamin D. Ich werde euch auch hier drunter einige Videos von Raimund von Helden und Prof. Dr. Jörg Spitz verlinken. Diese beiden Ärzte, muss man ja sagen, es sind beides Ärzte. Raimund von Helden ist Hausarzt. Da werde ich auch nochmal das Buch drunter verlinken. Oder die Bücher, Gesund in sieben Tagen. Und ich werde euch so ein paar Sachen zum Thema Vitamin D hier drunter verlinken. Einmal halt Quellennachweise aus dem Internet und Bücher. Ich bitte euch auch, solche Bücher gerne zu bestellen. Weil es ist besser, etwas in der Hand zu haben, als irgendwas im Internet als Lesezeichen zu speichern oder ähnliches. Und ja, die EU will jetzt Richtlinien rausbringen, wie viel Vitamin D noch verkauft werden darf. Wenn ich jetzt diese Empfehlungen, die ich in dem PDF gefunden habe, umrechne, dann kommen wir auf 800 Einheiten Vitamin D. So, gemäß Dr. Raimund von Helden, gemäß Prof. Dr. Jörg Spitz und den entsprechenden Ausarbeitungen, die die beiden verwendet haben, liegt bei 70 Kilo der Tagesbedarf einer erwachsenen Person bei 4000 Einheiten auf 70 Kilo. Das heißt, mit diesen 800 Mikrogramm, die da, oder 800 internationalen Einheiten, die aus den 20 Mikrogramm der entsprechenden Tabelle hervorgehen, ist es also so, dass wir den Vitamin D Tagesbedarf gar nicht decken können. Weil, die Tagesempfehlung, 800, also das passt nicht zusammen. Das haben wir ja schon lange. Auch zum Thema Vitamin D. Das heißt, wir müssen dann zum Arzt, kann das sein, dass da wieder die Lobbyisten in Brüssel sehr aktiv waren? Einfach mal an dieser Stelle gefragt. Auch da gab es mal einen netten Bericht, ich glaube sogar vom ER, von Arte meine ich, zum Thema der Lobbyisten in Berlin, in Brüssel, Entschuldigung. Kann das sein, dass die da wieder aktiv waren? Weil Menschen, die gesund sind, ja nicht so viel Pharmazie benötigen. Könnte da was dran sein? Nein, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare schreiben. Meiner Ansicht nach ist das wieder eine Sache, weil die jetzt einfach merken, dass wir uns immer mehr von diesen Systemen entkoppeln. Immer mehr Menschen informieren sich alternativ, immer mehr Menschen gehen auf Alternativmedizin, auf alternative Behandlungsformen etc. Das heißt, das alteingesessene System geht so langsam das Vertrauen verloren. So muss man das einfach offen formulieren dürfen. Selbst ich als jemand, der in der Pflege arbeitet und halt auch da mit Pharma-Präparaten zu tun hat, bin eigentlich jemand, der immer empfiehlt, erkundigen sie sich auch nach Alternativen. Weil, jetzt muss man wieder aufpassen, was man hier sagt. Meiner Ansicht nach versucht die EU hier wieder Lobbyismus zu betreiben, weil man kann auch gewisse Sachen nicht vereinheitlichen europaweit. Zum Beispiel hat Süditalien, Griechenland ganz andere Sonneneinstrahlungswerte als wir hier in Mitteleuropa und von Nordeuropa mal ganz zu schweigen. Das heißt, die Möglichkeiten im Sommer über die Haut entsprechend Vitamin D zu bilden, die ist in den Ländern unterschiedlich. Das heißt, ich kann da schon gar nicht mehr eigentlich einen durchschnittlichen Wert ansetzen, weil der Süditaliener, der Grieche, der Südspanier, der Portugiese, die brauchen weniger Vitamin D zu supplementieren, als jemand, der zum Beispiel in Norwegen, Finnland, Dänemark oder in Großbritannien ist. Also da sind auch viele Sachen, die einfach europaweit gar nicht zu pauschalisieren sind. Da sind wir wieder beim Thema. Ist vielleicht ein Europa der Vaterländer, ein Europa mit einer vernünftigen Gesundheitspolitik, die sich nicht an Pharma-Zielen orientiert, vielleicht nicht doch die bessere Variante? Meiner Ansicht nach, meiner Erfahrung nach, ist Vitamin D hochdosiert gar nicht mal so verkehrt. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, auch über mittlerweile mehrere Jahre und wie gesagt, ich werde euch einige Sachen hier drunter verlinken. Ich bitte euch, diese Sachen auch euch anzugucken, um eure Basis darauf zu machen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit PubMed. Das ist das Portal, wo sämtliche Studien veröffentlicht werden. Wenn ihr da in die Studiensuche geht und gebt ein Vitamin D und ihr könnt verschiedenste sagen, immer Englisch ist wichtig dabei, weil die Wissenschaftssprache ist Englisch. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eingeben Vitamin D and Cancer. Ihr könnt eingeben Vitamin D and Covid-19. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die ihr da als Studien suchen könnt, wo ihr euch einfach mal selber ein Bild machen könnt, was da so alles untersucht worden ist. Und guckt euch auch diese Studien bitte genau an, weil wir natürlich auch da fremdfinanzierte Studien haben, die dann zum Beispiel 5000 Einheiten im Drei-Tage-Rhythmus geben oder 20.000 einmal in der Woche oder so. Da ist dann auch immer die Frage, wie repräsentativ ist diese Studie aufgebaut, wie stark an den Auslegungen, die es da gibt, ist das orientiert oder ist es vielleicht doch einfach nur eine Studie, die belegen soll, dass Vitamin D nicht hilfreich wäre. Auch solche Sachen ist alles schon passiert, wissen wir alle. Meiner Ansicht nach ist es einfach so, dass wir uns stärker mit dem Thema der Gesundheit beschäftigen und befassen sollten. Wir sollten uns persönlich auch nicht nur über die Apotheken Umschau, über sonstige Portale der Krankenkassen oder sonstiges informieren, sondern auch mal über Alternativportale. Es gibt gute Heilpraktika, es gibt gute Osteopathen, es gibt gute Homöopathie-Ansätze und, und, und. Und damit sollte man sich einfach mal als Bürger befassen. Meiner Ansicht nach ist es auch so, dass das, was wirklich hilfreich ist, irgendwie immer verschrien worden ist in den letzten Jahren. Wie gesagt, ich erinnere mich noch an Sachen von wegen Vitamin D, Hype oder Hope. Den entsprechenden Vortrag dazu, wenn ich dran denke, von Prof. Dr. Jörg Spitz, werde ich euch auch hier drunter packen. Der Mann ist Nuklearmediziner, Radiologe, Ernährungsmediziner und Epigenetiker. Also der hat ein sehr, sehr breites Spektrum. Und ich sage ganz ehrlich, einen Mann wie dem, der jahrzehntelange Berufserfahrung hat, der sich auch nach Abgabe der Praxis noch weiter gebildet hat, noch weitere Studiengänge belegt hat. So einem Mann vertraue ich eher als jemand, der Health Policy studiert hat und sich meint dann, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch im Lobbyismus breitsitzen zu müssen. Meine persönliche Meinung dazu. So jemand ist stärker, ist besser dazu geeignet, ein solches Amt zu bekleiden, wie jemand, der Health Policy studiert hat. Also Gesundheitspolitik muss man so zu formulieren. Im Großen und Ganzen habe ich auch aus meinem Umfeld mehr wie eine Rückmeldung erhalten, dass unter hochdosierter Vitamin-D-Gabe viele gesundheitliche Probleme zurückgegangen sind, dass auch gesundheitliche Probleme wie eine Neurodermitis sich zurückgebildet haben, dass sich Sachen wie MS und so weiter, habe ich schon mehr wie einmal angesprochen. Wird auf jeden Fall schwierig, das irgendwie mal hier in Videoform zu packen, weil hier einfach gewisse, ihr kennt das Portal hier. Auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, geht es jetzt immer weiter darum, uns zu dransalieren, und uns zu bevormunden, uns vorzuschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben. Und das ist persönlich einem Europa, der freien Länder, der freien Menschen nicht mehr würdig, was hier abgeht. Man sollte sagen, okay, informiert euch bitte, wenn ihr so etwas nehmen wollt. Guckt euch verschiedene Quellen an. Von mir aus stellt auch ein Portal online, wo man gucken kann. Aber dann bitte auch die Alternativen mit reinnehmen. Und nicht nur die Pharmazie, die Pharmaunternehmen und so weiter. Wenn ich bedenke, dass eine Flasche Vitamin D um die 20 Euro kostet, teilweise sogar weniger, ich damit über ein halbes Jahr hinkomme, ja, würde ich das von einem, es gibt ja auch Präparate, die man so kaufen kann. Wenn ich das umrechne, ist das natürlich teurer, wenn ich das in der Apotheke kaufen muss, als wenn ich das online bestellen kann über Nahrungsergänzungsmittel. Und wir reden ja nicht nur über Vitamin D, wir reden auch über ganz viele andere Nährstoffe, Mineralstoffe, die wir einfach durch unsere Art und Weise der Ernährung gar nicht mehr richtig aufnehmen können und nicht mehr in der Menge aufnehmen, wie wir sie eigentlich brauchen. Die Qualität der Lebensmittel ist nun mal runtergegangen, gerade wenn sie verarbeitet sind. Und dieses Thema der Gesundheit werde ich hier auf dem Kanal definitiv weiter ausbauen und werde auch da meine Erfahrungen mit euch teilen und auch, wie gesagt, aktuell eine Art Tagebuch machen, wo ich halt euch jetzt sage, okay, ihr wisst meine Problematik und das werde ich jetzt auch videotechnisch dokumentieren und werde gucken, wie wir das hinbekommen, dass wir einfach mal eine andere Sichtweise auf verschiedenste Themen auflegen. Ernährung, Bewegung, gutes Wasser, Schlaf, all das zählt mit rein ins Thema der Gesundheit. Und da sind wir schon beim Thema, wer hat heute noch richtige Dunkelheit in der Wohnung, wer hat noch richtige Stille, wer kennt noch Hunger, all das sind Themen, die da mit reinspielen werden, meine Lieben. Und das werde ich jetzt videotechnisch begleiten, aufladen und einfach zeigen, dass es auch abseits der... Wo habe ich es? Wo habe ich es? Wo habe ich es? Dass ich es auch abseits der... Ach, komm her. Abseits dieser Geschichten hier schaffe. So, genug aufgeregt. Ich hoffe, dass ich jetzt dran denke, alle Quellen, die mir da jetzt in den Kopf kommen, hier unten runter zu verlinken. Wie gesagt, die Bücher, die ich verlinke, bitte ich euch, guckt die euch an, lest die euch durch. Es sind Erfahrungsberichte von Jeffrey D. Bowles, glaube ich, heißt der. Vitamin D hochdosiert, ein Excel-Experiment über ein Jahr. Raimund von Helden werde ich euch hier drunter verlinken. Und ich werde euch auch von Andreas Kalker das Buch Gesundheit verboten hier drunter verlinken. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und in dem Sinne, bis zum nächsten, euer Maike.